Am 14. August 1703 nahm Johann Sebastian Bach per Handschlag seine Bestallung zum Organisten der Neuen Kirche in Arnstadt entgegen. Wie der 1754 erschienene Necrolog auf den späteren Thomas Kantor betont, waren die Arnstädter Jahre bis 1707 besonders prägend für den jungen Komponisten Bach. Denn, ich zitiere, hier zeigte er eigentlich die ersten Früchte seines Fleißes in der Kunst des Orgelspielens und in der Komposition. Doch wie gelangte der 18-jährige Bach überhaupt an die Arnstädter Organistenstelle? Knapp einen Monat vor seiner Bestallung war Bach auf Befehl des gräflichen Konsistoriums aus seinem damaligen Wirkungsort Weimar in die kleine Stadt an der Gera gereist, um als auswärtiger Orgelsachverständiger das Orgelwerk der Neuen Kirche zu erproben, welches unlängst vom Mühlhäuser Orgelbauer Johann Friedrich Wender fertiggestellt worden war. Als lokaler Sachverständiger stand Bach dabei wahrscheinlich der Arnstädter Stadtorganist Christoph Hertum zur Seite, der eng mit der Bach-Familie verbandelt war. Hertum war nicht nur der Schwiegersohn des langjährigen Arnstädter Stadt- und Hoforganisten Heinrich Bach, einem Bruder von Johann Sebastian Bachs Großvater Christoph, sondern auch Patenonkel von Johann Sebastians ältestem Bruder Johann Christoph, der vor seiner Anstellung in Ortruf einige Zeit in Arnstadt, wo durch Zutun seines Patenonkels als Vertretung des altersschwachen Heinrich Bach wirkte. Gut möglich, dass Hertum sich im Fall Johann Sebastian Bachs erneut für einen jungen Spross der Bach-Familie einsetzte und den jüngsten Bruder seines Patensohnes als Orgelgutachter vorschlug. Denn trotz seines jugendlichen Alters wusste Johann Sebastian Bach anscheinend durch seine Fähigkeiten und seinen Sachverstand in Fragen des Orgelbaus zu überzeugen und wurde für die Orgelprobe, wahrscheinlich seine erste Probe überhaupt, beauftragt. Bedauerlicherweise ist das Gutachten Bachs für die neu erbaute Wenderorgel nicht erhalten geblieben. Einzig eine auf den 13. Juli 1703 datierte Rechnung im Stadtarchiv Arnstadt enthält einige Informationen zu Bachs Aufenthalt. Demnach erhielt Bach für das Probieren und Beschlagen des Orgelneubaus eine Entschädigung in Höhe von 8 Gulden und 13 Groschen. Außerdem weist ihn die Rechnung fälschlicherweise als fürstlich-sächsischen Hoforganisten zu Weimar aus, eine Stelle, die zu jener Zeit eigentlich Johann Effler inne hatte. Bach ist 1703 dagegen nur als Lakai am Weimarer Hof nachweisbar und wirkte wahrscheinlich in der Privatkapelle des Herzogs Johann Ernst von Sachsen-Weimar. Möglicherweise könnte der junge, orgelaffine Bach dem altersschwachen Effler aber in dieser Zeit als Substitut assistiert haben. Erst im Sommer 1708 sollte Bach dann tatsächlich auf die Stelle des Weimarer Hoforganisten berufen werden, nachdem sich Effler aus gesundheitlichen Gründen pensionieren ließ. Doch nun zurück zur Orgelprüfung in Arnstadt. Anders als es die erhaltene Rechnung vom Juli 1703 vermuten lässt, erfolgte die Abnahme der Orgel womöglich bereits Ende Juni, sodass das fertiggestellte Instrument aller Wahrscheinlichkeit nach am 24. Juni, dem Johannistag der Öffentlichkeit, in einem Konzert präsentiert wurde, das der jugendliche Virtuose Bach bestritt. Beeindruckt von der Begabung des jungen Musikers wurde Bach sogleich die Organistenstelle an der neuen Kirche und damit an dem Instrument angeboten, das er soeben begutachtet hatte. Über das Angebot brauchte Bach vermutlich nicht lange nachdenken, denn neben dem vielversprechenden Arbeitsplatz an der neuen Wenderorgel dürfte das Jahresgehalt von 50 Gulden, zuzüglich 30 Talern für Kost und Wohnung, womit sich Bachs Gesamteinkommen im Vergleich zur Weimarer Anstellung schlagartig verdreifachte, den entscheidenden Ausschlag zur Annahme gegeben haben. In der auf den 9. August datierten Bestallung, die Bach knapp eine Woche später zusammen mit Andreas Börner, der eine Organistenstelle an der Liebfrauenkirche antrat, persönlich entgegennahm, verpflichtete er sich zu einem Leben und Wandel der Gottesfurcht, Nüchterkeit und Verträglichkeit zu befleißigen, sich böser Gesellschaft und Abhaltung des Berufs gänzlich zu enthalten und übrigens in allen, für einem ehrliebenden Diener und Organisten gegen Gott, die hohe Obrigkeit und Vorgesetzten, Gebühre treulich zu verhalten. Dass Bachs Arnstädter Jahre dagegen von manchen Konflikten geprägt sein sollten, die Verrichtung seines Amtes beispielsweise nicht immer mit der gewünschten Sorgfalt erfolgte und dass ebenso das treuliche Verhalten gegenüber den Vorgesetzten mitunter zu wünschen übrig ließ, konnten seine Dienstherren zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Doch das ist eine andere Geschichte.